Ich habe heute für euch einen richtig leckeren Zwetschenkuchen ausprobiert mit Streuseln. Das Ganze ist zuckerfrei und kalorienarm. Das müsst ihr einfach unbedingt ausprobieren. Für den Teig gebt ihr einfach alle Zutaten in den Mixtopf einmal mixen und auf das Backblech verstreichen. Besonders lecker schmeckt es noch mit Zwetschenmus. Das findet ihr auch auf meiner Seite. Ist natürlich gesüßt. Jetzt einfach die Zwetschen da drauf verteilen. Jetzt nur noch die Zutaten für die Streusel in den Mixtopf geben, einmal verkneten und auf den Boden geben. Die genaue Beschreibung findest du natürlich wieder in der Anleitung. Das Ganze schmeckt einfach so köstlich. Probier es unbedingt aus.